Nach erhöhter seismischer Aktivität am Vulkan Ubinas in Peru haben die Behörden die Warnstufe für die Region auf orange erhöht. Messgeräte hatten unter anderem einen Anstieg des Magmas und eine erhöhte Freisetzung giftiger Gase verzeichnet. In den Gemeinden am Fuße des Vulkans wurden die Evakuierungspläne für die Bevölkerung überprüft. Die erhöhte Aktivität an dem Vulkan hatte im Juni begonnen. Der Ubinas ist einer der aktivsten Vulkane Perus. Zuletzt war die Region 2019 evakuiert worden, nachdem sich ein Vulkanausbruch angedeutet hatte. Im Süden Perus gibt es etwa ein Dutzend aktiver Vulkane. Das südamerikanische Land liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Gebiet mit hoher Erdbeben- und Vulkanaktivität.